Moin zu Final Fantasy XIV Zusammenfassung des 52. Livebrief des Produzenten Bericht wieder vom Final Fantasy Dojo Heute lief der Liveletter um 0 Uhr und hat auch außerdem Anpassungen sprich den Handwerkerklassen, neuen Dungeon, dann den Eden Raid und vielen mehr Außerdem auch neue Server Rashida, Foxton und die Übersetzerin Amy begrüßen uns herzlich zu 52. Livebrief des Produzenten von Final Fantasy XIV aus Los Angeles Wir haben hier alles Wichtige für euch zusammengefasst Hier haben wir jetzt nochmal die Inhalte Dungeon, sprich die Prüfung mit Titania, Raids, Eden Dann haben wir Mounds, Begleiter, Trust System, Anpassung der Handwerker und Sammler Dann haben wir hier die Sammler, Handwerker und neue Ausrüstung System Updates, Mentoren System, da bin ich auch mal gespannt Weil das mache ich auch zur Zeit bis hin dahin zu den neuen Add-On Falls euch das mal aufgefallen ist bei meinen Live-Streams Ich hatte da jetzt auch schon jetzt soweit das durch mit Goldsoster Sprich habe das Mount auch dadurch Aber mache sonst in der Zeit auch sehr aktiv hier Mentoren Weil an sich läuft da nicht mehr so viel Und ja, darum muss man sich da noch eine Beschäftigung suchen Dann haben wir die Hauptcharaktere, Zeitplan, neue Server, neue Hardware Eosean, Symfony 2019, Shadowbringers, Security, Token, ok Yoshida liest die Patchnotes, Japan Expo 2019 in Paris Und dann den Brave Father Online, ok So, dann fangen wir wohl mit den Dungeon Crawl an Schicken wir das mal ab Dungeon Crawl Das ist die Wahrheit, die Wahrheit. Ah, die Musik. Gott. Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wow, wow. Die Musik muss man sagen, einfach nur Hammer. Richtig schön gemacht. Und selbst auch die neuen Dungeon Design sehen echt wirklich sehr sehr schön aus. Und auch am Ende nochmal die Bosse da nochmal zu sehen, da freut man sich richtig tierisch drauf. Also ich will auf jeden Fall beim Early Assets dann noch die Tage da freinehmen und intensiv da auf jeden Fall zocken und auch Livestreamen. Und ja, ich freue mich schon tierisch drauf, wieder mal neuen Content zu präsentieren, auch wieder neue Gameplays zu machen. Man hat ja schon lange jetzt wieder was drauf gewartet, mal wieder richtig produktiv zu werden an sich so. Und wow, unglaublich. Ja, ich versuche ja noch dann so gesehen beim Hamburg bei Fangering mit dabei zu sein. Falls das nicht so der Fall sein sollte, dann ist es halt so, das ist auch nicht schlimm. Das habe ich ja auch verkraftet nach meinen drei Jahren Ambassador, dass ich jetzt auch nicht mehr so dabei bin. Aber hey, das Leben geht trotzdem weiter. So, dazu auch gleich ein paar Screenshots. Hier haben wir ja nochmal ein paar Screenshots dazu nochmal. Wirklich sehr sehr schön designt. Auch die Musik wirklich passend zu den Dungeons. Die Amnosphäre einfach richtig schön. Und da kann man sich auf jeden Fall richtig drauf freuen auf Shadowbringers. So, da haben wir auch noch die Prüfung mit Titania. Dieser Kampf war während der E3 schon spielbar. 30% der Leute sollen den Kampf geschafft haben. 30%! Boah. Okay, ich bin echt mal gespannt, wie das so mit der Gamescom halt aussieht. Aber ich denke mal, da ist man eher vorbereitet, weil man schon gegen sie gekämpft hat und so. Und ich hoffe, die T-Shirts werden dieses Jahr wesentlich einfacher zu bekommen. Ob es jetzt wirklich Götterdämmerung ist oder eben halt Zenit der Götter, je nachdem. Aber ich hoffe, das ist nicht so wie letztes Jahr. Weil letztes Jahr war es sauschwer, Byaku oder eben halt Tsukuyumi zu bekommen. Obwohl ich ja gegen Byaku X geschafft habe auf der Bühne. Aber es war nicht direkt diese Show, die sie eigentlich diese T-Shirts verlosen. Das finde ich ein bisschen schade. Das war halt Random X. Aber man hätte da auch durchgehen können damit. Weil wann ist mal die Chance, Byaku auf X zu bekommen auf der Bühne. Und dann eben halt, ja, man muss es eben halt auch noch mit dem Team schaffen. Das darf man auch nicht vergessen. So, es wird eine Prüfung der Stufe 73 sein. Ich glaube, die haben auch die 73er Stufe wohl gegen siege wohl gekämpft. Dabei ist Titania die Beschwörung des neuen wilden Stamms der Pixies. Ja, und Yoshida beträgt jetzt für uns den Inhalt. Hier sieht man jetzt nochmal Screenshots dazu. Man konnte das ja auch im Livestream nochmal anschauen, wie er eben halt da gegen Titania kämpft. In seinen Sheet-Mode. Und ja, da hat man das eben halt auch mit den Ads gesehen. Und dann hier haben wir auch nochmal iBeat Titania. Wirklich sehr, sehr schön in Turquise. Natürlich gibt es zu dem Kampf auch ein neues T-Shirt. Raids. Da haben wir jetzt nun Eden. Jetzt ein paar neue Bilder und Infos zum neuen 8-Spieler Raid Eden. Dort ist alles weiß und es herrscht karge Leere. Die Landschaft will also wieder aufgebaut werden. Mehr möchte man uns jetzt noch nicht sagen. Also erst ist das alles sehr, sehr karg und so wenig und mal gucken, wie sich das alles da entsprechend aufbaut. Je nachdem, wie man weit kommt. Und selbst das könnte noch auf jeden Fall interessant werden mit den neuen Raids. Mauns. Wir bekommen einen ersten Blick auf die Gegenstücke zu den Chocobos aus der Welt The First. Ja, sieht auf jeden Fall ganz anders aus als diese flauschigen Chocobos. Das sind so eher, weiß nicht. Ich habe sie erst mal als Kamele angesehen. So in der Richtung. Nun zu einem Robofrosch. Laut Yoshida wird es sehr schwer zu bekommen sein. Ah, okay. Können wir echt mal gespannt sein. Aber sieht witzig aus. So ein Robofrosch. Als nächstes das Tankmount der Revolverklinge. Ein Säbelzahntiger. Dieser wird später sogar eine Rüstung enthalten. Also sprich also den normalen Tiger. Gibt es außerdem auch noch ein gepanzerter Säbelzahntiger. Begleiter. Auch ein neues Begleiterchen bekommen wir gezeigt. Beziehungsweise zwei. Hier sehen wir einmal Adam und Eva. Also sprich Adam und Eve. Sieht auf jeden Fall auch schon sehr, sehr cool aus. Die beiden. Also sprich Omega M und Omega F. Als nächstes haben wir The Truth System. Wo wir jetzt mit den NPCs, die wir ja so weiter von der Morgöte kennen. Ja, zusammen kämpfen zusammen in einen Dungeon. Die werden halt auch Klassen haben. Sprich die Jobs. Und hier werden wir nun Informationen auch nochmal dazu bekommen. Bestreitet zusammen mit den NPCs die Hauptstory Dungeons Solo. Nehmt dabei die Rolle eurer Wahl ein. Dabei stehen verschiedene NPCs zur Verfügung mit einer speziellen AI und einzigartigen Kommandos. Mephilias Job ist zum Beispiel Oracle of Light. Also Oracle des Lichts. Mephilias sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Sie hat eher die Roach Klasse. Sprich also den Schurken. Da denkt man sich so, alle anderen haben ja die Job Kristalle. Und sie hat halt dementsprechend nur die Klasse statt den Job Ninja. Ist eine DPS Klasse. Also Mephilias wird er also wohl als DPS sein. Alfino ist Akademizier. Eine Heilerrolle. Oh, das hört sich auf jeden Fall auch interessant an. Hm. Wird man auch mal anschauen. Sie reagieren unterschiedlich auf verschiedene Situationen. Wenn sie zum Beispiel aus einer AOE rennen müssen, passen sie sogar ihre Rotation an. Um möglichst keinen DPS Verlust zu haben. Der Tank dreht Bosse sogar von der Gruppe weg. Das finde ich auch sehr sehr schöne KI. Man hat ja gemerkt, dass es ja dem Fall jetzt nicht so wirklich ist beim Kommandos. Also man kann ja eben halt mit seinem Kommando von der jeweiligen Gesellschaft eben halt unterwegs gehen. Und da ist es ja noch nicht so ausgereift. Aber ich glaube, das war eher wohl so eine Art Prototyp. Und jetzt kriegen wir sogar eine verbesserte KI und das ist auf jeden Fall sehr sehr schön, dass man da auch nun die Möglichkeit dazu hat. Dabei bleibt es aber effektiver, mit anderen Spielern zu spielen. Zum Beispiel die Droprate von Ausrüstung beträgt bei einem Durchlauf mit NPCs nur 1 von 4 des normalen Werts. Ein Dungeon-Durchlauf mit Trust System wird ca. 30 Minuten dauern. Das Besondere, wenn man als Spieler stirbt, gilt das als ein Gruppentod und man muss den Kampf erneut bestreiten. Die NPCs, die zur Verfügung stehen, variieren während der Story. Je nach dessen Verlauf. Ichdoller z.B. wird erst später zur Verfügung stehen. Im Dungeon sprechen sie auch miteinander. Dazu jetzt natürlich wieder ein paar Screenshots. Heißt also, wenn ihr sterben solltet, stirbt also die komplette Gruppe. Bei Spielern ist es ja so, dass sie bis zum Ende noch am Leben bleiben können. Und da versuchen sie den Bosskampf eben halt zu schaffen. Heißt also, man sollte eben halt auf die gewissen Nachteile natürlich auch nochmal gefasst sein. Sprich also auch der Droprate etc. Aber ich würde es trotzdem gerne mal zeigen, weil es schon sehr interessant ist, das zu sehen. So, Anpassung der Handwerker und Sammler. Ja, da wird man wohl wieder wohl bestimmt wieder den nächsten Guides haben. Also nicht in meinem Falle, sondern der gute Schatz wird das wohl eher machen. Neue Kommandos werden hinzugefügt. Neue Informationen werden im Sammler- und Fischerverzeichnis aufgenommen. Die regionalen Folklore beispielsweise. Die versteckten und legendären Sammlerstellen bekommen in-game. Jetzt einen eigenen Timer, die man sich selbst einstellen kann. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Funktion. An sich habe ich ja sonst auch immer einen Tracker benutzt dafür, obwohl ich mich nie so weit auseinandergesetzt habe mit den Sammler und Craftern. Mit den Sammlern ein bisschen eher, na es geht, aber sehr wenig eigentlich überhauptes Crafting-Content. Das funktioniert, sobald man das zum Einsammeln-Item einmal abgebaut hat. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Fische in den Iron-Rebound-Gebieten werden ab sofort mit einem Stadtverschiedenen Köder gefangen. Es werden mittlerweile einfach zu viele. Das stimmt. Später kann es eventuell auch in Heavensport und Stunberg-Gebieten ebenfalls zu diesen Änderungen kommen. Die Schwierigkeit, die regionalen Folklore zu erhalten, wird runtergesetzt. Jetzt haben wir hier noch die Handwerker. Neue Kommandos werden hinzugefügt. Ruhige Hand 2. Bruegots Benediktion steht jetzt allen Handwerkern zur Verfügung, um das Leveln der Klasse zu erleichtern und weniger abhängig von anderen zu machen. Die elementaren Aspekte der Rezepte werden entfernt und die zugehörigen Kommandos zu einem zusammengefasst. Das ist auch nett. Das UI der Handwerker wird komplett erneuert. Dabei werden Details viel besser sichtbar sein. Zum Beispiel die aktiven Buffs und Effekte auf den Screenshots unten zu sehen. Hier sieht man außerdem auch, wann da die bessere Chance ist, das zu schaffen. Oder eben die Quality, welcher Prozentsatz eben halt. Und dann sieht man hier außerdem auch die Quality, was eben halt max. 50% dazu. Auch im Handwerkerverzeichnis werden Details zu sehen sein. Unter anderem die Chance, HQ zu craften. Dabei werden HQ Materialien, die zum Craften benutzt werden, noch effektiver für Rezepte ab 5.0. Meiste Rezeptbücher der Stufe 4, 5 und 6 sind jetzt leichter zu erhalten. Im folgenden seht ihr jetzt die neuen Ausrüstungssets für Sammler und Handwerker. Hier sehen wir einmal den Bhutanist, den Gärtner, den Fischer und den Miner, also der Minenarbeiter. Dann haben wir hier den Gourmet und den Alchemisten. Nun kommen wir zu den Systemupdates. Es sind zu viele, um jetzt alles zu besprechen. Deshalb gibt es einige erst in den Patch Notes. Also die werden das wohl Step by Step machen. Ist auch vernünftig, weil es ist wirklich echt zu viel sonst. Neue allergische Steine. Goetia und Phantasmogoria. Was für ein Name. Goetia oder man kann auch Goetia sagen. Oder Goetia. Je nachdem Goetia. Würde ich sagen WUE. Je nachdem. Sind dabei die Steine für die Stufe 80 Ausrüstung. Phantasmogoria für die Endgame Ausrüstung. Okay cool. Also das wird wohl bestimmen eher für die Artefaktrüstung. Und das wird wohl eher eine verbesserte oder eher sogar auch Artefakt. Also je nachdem ob das jetzt eher die Artefakt spricht. Also für unsere Job. Oder eben halt diese hier. Man muss eben halt schauen wie die das jetzt so machen werden. Das weitere werden die vier Wochen nach dem Start des Addons verfügbar. Also die zweite. Okay hier diese hier. Weiße Handwerker und Sammlerscheine werden hinzugefügt. Die Plätze in der Projektionskommode werden von 200 auf 400 erhöht. Die Anzahl der Projektionsplatten von 10 auf 15. Möbelstücke bekommen einen Vorschau-Modus. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Das kann man sich dann auch direkt angucken. Welche Möbel man jetzt da haben möchte. Man kann es auch färben testen. Das finde ich auf jeden Fall echt cool. Diese Möbelvorschau ist auf jeden Fall sehr schön. Hier kann man auch glaube ich hier nochmal anschauen. Hier haben wir nochmal Screenshots. Da kann man hier das auch nochmal angucken. Ist schon nice. Da hat man sich echt Gedanken gemacht. Systemupdates. Das Limit der Centurio Jagdmarken wird von 1000 auf 4000 erhöht. Da wollte auch mal Zeit. Wenn man einen bestimmten B-Hunt jagen muss, bekommt man jetzt angezeigt, wenn er sich in der Nähe befindet und in welche Richtung. Das ist auch cool. Auch wenn ein S-Rang in der aktuellen Region spawnt, erhält man eine Mitteilung. Fällt auf jeden Fall leichter und man kann irgendwann auch diesen Tiger hier bekommen. Also man bekommt halt einen Tiger, einen Centurio Tiger, wenn man mehrere Rands irgendwie geschafft hat und das ist auf jeden Fall echt cool. Ansonsten haben wir hier auch nochmal ein Retainer-Fenster. Ein erneutes. Das Gehilfesystem wurde überarbeitet und enthält jetzt unter anderem eine Sortieren-Funktion. Wenn man einen anderen Spieler beauftragt, eine Materie einzusetzen, macht diese automatisch weiter, bis der Prozess erfolgreich ist. Es muss nicht bei jedem Versuch neu angenommen werden. Alle Reittiere können jetzt fliegen. Cool. Alle Reittiere können jetzt fliegen. Nice. Im Errungenschaften-Fenster gibt es jetzt Filter nicht abgeschlossen und abgeschlossen. Gegenstandsbelohnung und Titelbelohnung. Außerdem gibt es jetzt eine Watchlist für Errungenschaften, die man mit bis zu 30 befüllen kann. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache, wenn man sehr auf Achievements ist, dann kann man da auf jeden Fall seine Favoriten nehmen, wo man erstmal Progress machen möchte. Jetzt kommen wir zu den Mentoren-Systemen. Mit Shadowbringers wird das Mentoren-System angepasst. Spieler, die schon vorher Mentor waren, bleiben das auch bis zu 5.2. Wenn sie bis dahin die neuen Anforderungen erfüllen, natürlich auch danach. Ah, okay. Hier sehen wir einmal PVE-Mentors und Trade-Mentors. Als nächstes haben wir The Truth-System. Wo wir jetzt mit den NPCs, die wir ja so weiter von der Moorgröte kennen. Ja, zusammen kämpfen zusammen in einen Dungeon. Die werden halt auch Klassen haben, sprich die Jobs. Und hier werden wir nun Informationen auch nochmal dazu bekommen. Bestreitet zusammen mit den NPCs die Haupt-Story-Dungeons Solo. Nehmt dabei die Rolle eurer Wahl ein. Dabei stehen verschiedene NPCs zur Verfügung mit einer speziellen AI und einzigartigen Kommandos. Milfinias Job ist zum Beispiel Oracle of Light. Also Oracle des Lichts. Milfinias sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Sie hat eher die Roach-Klasse, sprich also den Schurken. Da denkt man sich so, alle anderen haben ja die Job-Kristalle und sie hatte halt dementsprechend nur die Klasse statt den Job-Ninja. Ist eine DPS-Klasse. Also Milfinias wird er also wohl als DPS sein. Alphino ist Akademizier. Eine Heilerrolle. Oh, das hört sich auf jeden Fall auch interessant an. Hm, wird mal auch mal anschauen. Sie reagieren unterschiedlich auf verschiedene Situationen. Wenn sie zum Beispiel aus einer AOE rennen müssen, passen sie sogar ihre Rotation an, um möglichst keinen DPS-Verlust zu haben. Der Tank dreht Bosse sogar von der Gruppe weg. Das finde ich auch sehr, sehr schöne KI. Man hat ja gemerkt, dass es ja in dem Fall jetzt nicht so wirklich ist beim Kommandos. Also man kann ja eben halt mit seinem Kommando von der jeweiligen Gesellschaft eben halt unterwegs gehen. Und da ist es ja noch nicht so ausgereift. Aber ich glaube, das war eher wohl so eine Art Prototyp. Und jetzt kriegen wir sogar eine verbesserte KI. Dementsprechend wie sie halt reagieren. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass man da auch nun die Möglichkeit dazu hat. Dabei bleibt es aber effektiver, mit anderen Spielern zu spielen. Zum Beispiel die Drop-Rate von Ausrüstung beträgt bei einem Durchlauf mit NPCs nur 1 von 4 des normalen Werts. Ein Dungeon-Durchlauf mit Trust System wird ca. 30 Minuten dauern. Das Besondere, wenn man als Spieler stirbt, gilt das als ein Gruppentod und man muss den Kampf erneut bestreiten. Die NPCs, die zur Verfügung stehen, variieren während der Story. Je nach dessen Verlauf. Ishtola zum Beispiel wird erst später zur Verfügung stehen. Im Dungeon sprechen sie auch miteinander. Dazu jetzt natürlich wieder ein paar Screenshots. Heißt also, wenn ihr sterben solltet, stirbt also die komplette Gruppe. Bei Spielern ist es ja so, dass sie bis zum Ende noch am Leben bleiben können. Und da versuchen, den Bosskampf eben halt zu schaffen. Heißt also, man sollte eben halt auf die gewissen Nachteile natürlich auch nochmal gefasst sein. Sprich, also auch der Drop-Rate etc. Aber ich würde es trotzdem gerne mal zeigen, weil es schon sehr interessant ist, das zu sehen. So, Anpassung der Handwerker und Sammler. Ja, da wird man wohl bestimmt wieder den nächsten Geiz haben. Also nicht in meinem Falle, sondern der gute Schatz wird das wohl eher machen. Neue Kommandos werden hinzugefügt. Neue Informationen werden im Sammler- und Fischerverzeichnis aufgenommen. Die regionalen Folklore beispielsweise. Die versteckten und legendären Sammlerstellen bekommen in-game jetzt einen eigenen Timer, die man sich selbst einstellen kann. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Funktion. An sich habe ich ja sonst auch immer einen Tracker benutzt dafür. Obwohl ich mich nie so weit auseinandergesetzt habe mit den Sammler und Craftern. Mit den Sammlern ein bisschen eher, na es geht, aber sehr wenig eigentlich überhauptes Crafting-Content. Das funktioniert, sobald man das zum Einsammener-Item einmal abgebaut hat. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Fische in den Iron-Rebound-Gebieten werden ab sofort mit einem Stadtverschiedenen Köder gefangen. Es werden mittlerweile einfach zu viele. Das stimmt. Später kann es eventuell auch in Heaven-Sport und Star-Blood-Gebieten ebenfalls zu diesen Änderungen kommen. Die Schwierigkeit, die regionalen Folklore zu erhalten, wird runtergesetzt. Jetzt haben wir hier noch die Handwerker. Neue Kommandos werden hinzugefügt. Ruhige Hand 2. Bruegots Benediction steht jetzt allen Handwerkern zur Verfügung, um das Leveln der Klasse zu erleichtern und weniger abhängig von anderen zu machen. Die elementaren Aspekte der Rezepte werden entfernt und die zugehörigen Kommandos zu einem zusammengefasst. Das ist auch nett. Das UI der Handwerker wird komplett erneuert. Dabei werden Details viel besser sichtbar sein. Zum Beispiel die aktiven Buffs und Effekte auf den Screenshots unten zu sehen. Also hier sieht man außerdem auch, wann da die bessere Chance ist, das zu schaffen. Oder eben die Quality, welcher Prozentsatz eben halt. Und dann sieht man hier außerdem auch die Quality, was eben halt, ja, max 50% eben halt auch dazu. Auch im Handwerkerverzeichnis werden Details zu sehen sein. Unter anderem die Chance HQ zu craften. Dabei werden HQ Materialien, die zum Craften benutzt werden, noch effektiver für Rezepte ab 5.0. Meiste Rezeptbücher der Stufe 4, 5 und 6 sind jetzt leichter zu erhalten. Im folgenden seht ihr jetzt die neuen Ausrüstungssets für Sammler und Handwerker. Hier sehen wir einmal den Butanist, den Gärtner, den Fischer und den Miner, also der Minenarbeiter. Dann haben wir hier den Borme und den Alchemisten. Nun kommen wir zu den Systemupdates. Es sind zu viele, um jetzt alles zu besprechen. Deshalb gibt es einige erst in den Patchnotes. Also die werden das wohl Step by Step machen. Ist auch vernünftig, weil es ist wirklich echt zu viel sonst. Neue allergische Steine. Goetia und Phantasmimogoria. Was für ein Name. Goetia oder man kann auch Goetia sagen. Oder Goetia. Je nachdem Goetia. Würde ich sagen WUE. Je nachdem. Wir sind dabei die Steine für die Stufe 80 Ausrüstung. Phantasmogoria. Für die Endgame Ausrüstung. Okay cool. Also das wird wohl bestimmt eher für die Artefaktrüstung. Und das wird wohl eher wieder eine verbesserte oder eher sogar auch Artefakt. Also je nachdem ob das jetzt eher die Artefakt. Sprich also für unsere Job. Oder eben halt diese hier. Man muss eben halt schauen wie die das jetzt so machen werden. Zweite werden die vier Wochen nach dem Start des Add-ons verfügbar. Also die zweite. Okay hier diese hier. Weiße Handwerker und Sammlerscheine werden hinzugefügt. Die Plätze in der Projektionskommode werden von 200 auf 400 erhöht. Die Anzahl der Projektionsplatten von 10 auf 15. Möbelstücke bekommen einen Vorschau-Modus. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Das kann man sich dann auch direkt angucken. Welche Möbel man jetzt da haben möchte. Man kann es auch färben testen. Das finde ich auf jeden Fall echt cool. Diese Möbelvorschau ist auf jeden Fall sehr schön. Hier kann man auch glaube ich hier nochmal anschauen. Hier haben wir nochmal Screenshots. Da kann man hier das auch nochmal angucken. Ist schon nice. Da hat man sich echt Gedanken gemacht. Systemupdates. Das Limit der Centurio Jagdmarken wird von 1000 auf 4000 erhöht. Das wollte auch mal Zeit. Wenn man einen bestimmten B-Hand jagen muss, bekommt man jetzt angezeigt, wenn er sich in der Nähe befindet oder in welche Richtung. Das ist auch cool. Auch wenn ein S-Rang in der aktuellen Region spawnt, erhält man eine Mitteilung. Fällt auf jeden Fall leichter und man kann irgendwann halt auch diesen Tiger hier bekommen. Also man bekommt halt einen Tiger, einen Centurio Tiger, wenn man mehrere Rands irgendwie geschafft hat und das ist auf jeden Fall echt cool. Ansonsten haben wir hier auch nochmal ein Retainer Fenster. Ein erneutes. Das Gehilfesystem wurde überarbeitet und enthält jetzt unter anderem eine Sortieren-Funktion. Wenn man einen anderen Spieler beauftragt, eine Materie einzusetzen, macht diese automatisch weiter, bis der Prozess erfolgreich ist. Es muss nicht bei jedem Versuch neu angenommen werden. Alle Reittiere können jetzt fliegen. Cool. Alle Reittiere können jetzt fliegen. Nice. Im Errungenschaften-Fenster gibt es jetzt Filter, nicht abgeschlossen und abgeschlossen. Gegenstandsbelohnung und Titelbelohnung. Außerdem gibt es jetzt eine Watchlist für Errungenschaften, die man mit bis zu 30 befüllen kann. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache, wenn man sehr auf Achievements ist, dann kann man da auf jeden Fall seine Favoriten nehmen, wo man erstmal Progress machen möchte. Jetzt kommen wir zu dem Mentoren-System. Mit Shadowbringers wird das Mentoren-System angepasst. Spieler, die schon vorher Mentor waren, bleiben das auch bis zu 5.2. Wenn sie bis dahin die neuen Anforderungen erfüllen, natürlich auch danach. Mentoren für die Kampfklassen erhalten folgende Anforderungen. Die Level 80 Quests für Tank, Heiler und DPS müssen abgeschlossen sein. 1000 Dungeons, Raids und Prüfungen müssen abgeschlossen sein. 300 wertvollste Spielerbewertungen müssen vorhanden sein. Mentoren für Handwerkerklassen erhalten folgende Anforderungen. Eine Handwerker- und eine Sammlerklasse muss auf 80 sein. 100 Sammlerstücke müssen gecraftet werden. Und 300 Sammlerstücke für Sammler müssen gesammelt werden. Heißt also, wir haben einmal den PvE-Mentor und dann haben wir einmal den Trade-Mentor. Hier eben halt Kämpferische und hier eher den Crafting. Das ist auf jeden Fall echt cool. Ausrüstung. Jetzt bekommen wir noch ein paar neue Ausrüstungssets gezeigt. Unter anderem mit einem sehr speziellen. Okay. Hm. Sieht aber auch wirklich speziell aus. Hahaha. Ah, herrlich. Ein Froschkostüm. Oh, das sieht auch nice aus. Jo, jetzt kommen wir zu den Hauptcharaktere. Zum Abschluss des Live-Briefs bekommen wir jetzt noch Steckbriefe zu den Charakteren in Shadowbringers. Ab Shadowbringers werden NPCs, die außerhalb der eigentlichen Quest etwas zu sagen haben, auch markiert. So dass man bei Bedarf noch tiefer in die Lohre eintauchen kann. Hier haben wir Tancred, Ixtola, Yuran-Jae. Ja, hier sieht man außerdem, ne, wirklich sehr, sehr schöne Ausrüstungssets, was sie da anhaben. Alfino, Alia-Zee. Sieht schon echt sehr, sehr schick aus. Oh, Minfilia. Wirklich sehr, sehr cute. Sieht echt schick aus. Dann haben wir hier noch die Die Antagonisten. Bautry. Ranjit. Lina. Dann hast du, das sind wohl, die wir hier noch begegnen werden wohl. Dann haben wir auch noch die The Heroes of the First. Mal gucken, was die wieder. Weil das war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. In Heavensward. Zeitplan. Es gibt hier jetzt noch einen Zeitplan für den nächsten Monat. 28. Early Access von Shadowbringers. 2. 7. Offizieller Start von Shadowbringers. 16. 7. Patch 5.01 mit den Eden Raid in normalen Schwierigkeitsgrad. 30. 7. Patch 5.05 mit den Eden Raid schwer, der Einführung der Phantoms Moria Steine und den neuen Schatzkarten Dungeon, The Dungeons of Ligiria. Neue Server. Am 18.06. werden zwei neue Server für die europäischen Datenzentren geöffnet. Das Chaos-Datenzentrum erhält den Server Spriggan. Das Licht-Datenzentrum den Server Twintania. Neue Hardware. Das wurde ja auch schon mal gezeigt mit Final Fantasy XIV Edition. So eine Art Controller, also Gamepad-Control kannst du dann so spielen, wo du auch den Analog-Stick so rausziehen kannst, je nach den Empfindungen. Und dann kannst du damit halt zocken. Währenddessen hast du hier deine Maus und dann hast du hier so deine Art Controller. Und den kannst du dann einfach so deine ganzen Kommandos und so weiteres bedienen, ohne jetzt großartig bei der Tastatur was zu machen. Also das ist auf jeden Fall ein Vorurteil, wenn man da schnell irgendwie Kommandos aktivieren will und alles mögliche. Ja, das gute Stück kostet 109 Euro. Also ein guter Preis. Dann haben wir die EOSA Symphonie, sprich also ein Konzert. Den September 21. und den 22. September in Japan. Zwei Termine. Shadowbringers Security Token. Ab den 2.7. kann man einen neuen Security Token für sein Einmalpasswort erwerben. Kann man, muss man aber nicht, kann man je nachdem machen, wenn man möchte. Ist ein nettes Feature. Yoshida liest die Patch Notes. Auch dieses Mal wird Yoshida wieder die Patch Notes vorlesen. Natürlich nur auf Japanisch. Das Ganze am Donnerstag, den 27. um 13 Uhr. Zusammen mit der japanischen Stimme von Tancred. Japan Expo 2019 in Paris. Von 4.7. bis 7.7. habt ihr wieder die Chance, Final Fantasy 14 Live zu erleben. Bei den Japan Expo in Paris. Kämpft dort gegen Titania. Nehmt an den Cosplay Wettbewerb teil und lasst euch von Yoshida bewerten. Ich hoffe aber, dass wir trotzdem auch Titania bekommen. Und das ist nicht wieder wie die das gemacht hatten mit Sophia. Das fand ich halt auch ein bisschen blöde. Dass wir eben halt, ja, da nicht die Chance gehabt hatten, das T-Shirt zu bekommen. Aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall dieses Jahr besser wird. Und dass wir auch die bessere Chance dazu bekommen werden mit den T-Shirts. Je nachdem das Thema. Und nicht wie jetzt letztes Jahr. Das war nicht so cool. Dann haben wir auch noch Brave Father Online. Der Film zur Serie zu Final Fantasy 14 startet am 21.06. in japanischen Kinos. Versionen für Amerika und Japan sind nicht ausgeschossen. Naja, mal gucken, ob das irgendwann auch zu uns kommen wird. Das war es ja immer soweit vom Livebrief von den 52. Und danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke fürs ein bisschen länger durchhalten. Da war auf jeden Fall wieder eine Menge zu berichten gewesen. Aber das finde ich halt auch immer sehr, sehr schön. Denn so kann man halt immer wieder informiert sein, was halt jetzt so Neues kommen wird. Und ja, wir können auf jeden Fall uns dann freuen nochmal auf die Patch Notes, die dann Yoshi dann nochmal vorstellen wird. Hinterher können wir uns das auch nochmal anschauen. Genauer, wie das mit den Patch Notes alles soweit aussieht. Da können wir auf jeden Fall uns auch noch freuen. Ich werde den nächsten auch weiterhin Mentoren-Runs machen. Weil ja, was will man noch so großartig noch machen in der Zeit. Da steht nicht mehr so viel an. Außer noch nebenbei PvP. Um da den einen Mountain-Runs noch zu versuchen zu bekommen. Aber das wird jetzt auch nicht mehr so stark sein. Naja, aber dennos ist trotz, wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr mich findet. Also, ja, falls mal auf YouTube nichts kommt, könnt ihr auch so auf Twitch schauen. Falls euch das mal, ja, drauf Bock hat, vorbeizugucken. Und ja, zu interagieren, je nachdem. Aber das steht bei mir erstmal bis zu Shadowbringers an. Und dann Shadowbringers geht es richtig los wieder mit Livestreams und außerdem auch Videos. Freut euch drauf. Ich danke auch für das Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und haut rein.